Ich möchte heute einen Vortrag recyceln, den ich letztes Wochenende auf den Chemnitzer Linux-Tagen schon mal gehalten habe. Ich soll dabei im Wesentlichen um Lora-Wahn gehen, möchte das ein bisschen einführen und genau, ob das irgendwie während meiner Arbeitszeit erarbeitet und die Präsentation gemacht hat, deswegen sind wir bei Pinguine drauf. Aber ansonsten, der Inhalt ist auch das Entscheidende. Genau, wir haben mittlerweile ganz coole Dinge, mit denen wir Wi-Fi machen können, wenn wir das wollen, so Home Automation und Messdaten erfassungsmäßig. Also wir haben irgendwie Mikrocontroller, die WLAN können, hier so ESP8266 oder auch die Nachfolger davon und man kriegt günstig eine ganze Menge Sensorik dazu, wenn man das möchte, wie jetzt hier irgendwie DRT22 als Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Da wirkt sich halt irgendwie im Bereich bis 20 Euro für so einen Knoten. Das ist halt schon echt angenehm, um einfach mal irgendwas zu bauen. Also so vom Maker-Gedanken her, irgendwie seine Home Automation darauf aufzubauen, dass irgendwie dann im Hintergrund mit Pi und FM vielleicht irgendwie in die Steuerung einzubauen. Genau, es gibt auch irgendwie Projekte, die benutzen so eine Technik relativ flächendeckend. Luftdateninfo kann ich sehr empfehlen, wenn man dann mal reingucken möchte, die sammeln Feinstaubdaten deutschlandweit mit so ESP-basierten Sensormodulen und einem Feinstaubsensor aus China. Irgendwie so ein paar Rohren als Wetterschutz und dann kann man die sich raushängen und gucken, wie groß die Feinstaubbelastung bei sich gerade ist. Und genau, die brauchen halt irgendwie WLAN, um ihre Daten loszuwerden. Typischerweise das eigene Zuhause. Naja, wenn WLAN zuhause halt nicht reicht, kann man irgendwie noch Klinken putzen gehen oder hoffen, dass man Leute kennt, die irgendwie ihren WLAN-Zugang teilen oder bereit sind, einen da mit reinzulassen. Oder man kann überlegen, wenn es noch weiter weg sein soll, ob Mobilfunk eine Option ist. Irgendwie so Machine-to-Machine-Zugänge, also die typischerweise dann kein Voice-Können, vielleicht auch nur eine IP als Gegenstelle erlauben, liegen so bei 2, 3 Euro für 5 bis 50 MB pro Monat. Wenn man jetzt mal irgendwie drei Knoten mit 5 MB auf drei Jahre sind 216 Euro alleine für Mobilfunkkosten, die man einfach mal so, naja, dem Betreiber geschenkt hat. Das Geld kann man halt im Prinzip auch ziemlich gut in Infrastruktur investieren und vielleicht einfach sein eigenes Lora-Wahn-Gateway aufbauen. Das hat alles ganz gut funktioniert mit der Argumentation für die Präsentation, bis dann ONCE.com kam. Das ist irgendwie Telekom, die gesagt haben, hey, gib uns 10 Euro und du kriegst 500 MB-Daten, die du innerhalb von 10 Jahren verbrauchen kannst. LTE-basiert. Und wenn ich irgendwie nur zweimal am Tag Luftfeucht und Temperatur messen würde, ist das eine echt coole Idee mitten in der Pampa. Genau, deswegen ist meine Argumentation, warum es cool ist. Lora-Wahn-Gateway aufzumachen, so ein bisschen ad absurdum geführt, aber ich würde das einfach trotzdem durchziehen. Lora-Wahn. Long-Range Wide Area Network ist das Ding. Es gibt jetzt zwei Begriffe in dem Kontext, die man ein bisschen auseinanderschalten muss. Das eine ist Lora-Wahn. Das bezeichnet irgendwie den kompletten Protokollstapel. Also mit allem, was an Software oben drauf liegt. Und wenn man von Lora spricht, meint man meistens nur die Modulation auf der Luftschnellstelle, also auf der Funkseite. Aber auch nicht immer. Da ist sich auch der Standard nicht so ganz einig, habe ich den Eindruck. Ansonsten Standards, speaking of, ist ein Industriestandard. Also es ist ein Konsortium, was sich da gefunden hat und gesagt hat, Mensch, so ein Funkstandard für Long-Range wäre irgendwie cool. Und haben dann die Lora Alliance gegründet, die sich halt darum kümmern, diese Standards zu verwalten. Und entsprechend, naja, das ist ein geschlossener Standard. Man kann jetzt irgendwie Google fragen, findet da die Standards auch? Irgendwie ist das auch nicht so gut geschützt. Aber auf der Webseite steht auch sowas wie, hey, schreib uns doch eine E-Mail an diese super vertrauenswürdige E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir die Spezifikation. Vielleicht. Gut. Als ich es letztes Jahr gemacht habe, da war es noch ein Webformular, wo man sagen könnte, hier ist meine E-Mail-Adresse, gib mir bitte die Spezifikation. Da ging das noch. Also von daher vermute ich mal, wenn man da hinschreibt, kriegt man die auch. Ähm, Lora Warn Fakten. Ähm, wir haben in Europa zwei Bänder für die spezifiziert ist. Äh, 433 und 868 MHz. Das sind zwei ISM-Bänder. Ähm, und wenn man sich an die Vorgaben hält, die auch der Lora Warn Regional Parameters Standard auch vorgibt, dann ist man auch konform zu den ISM. Also man ist innerhalb der Allgemeinzulassung. Und damit darf das da halt dann auch jeder betreiben. Also ohne jetzt irgendwie das anmelden zu müssen oder irgendwie noch eine Ausbildung dafür machen zu müssen. Ähm, wir machen 25 MW Sendeleistung. Das ist nicht viel. Ähm, wenn man sich anguckt, WLAN ist da einiges drüber. Äh, das Handy entsprechend auch. Ähm, ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir nur relativ schmal, wenn ich Daten übertragen. Und damit können wir wieder hohe Reichweite erreichen am Ende. Ähm, wir machen Spread-Spektrum-Modulation. Das kennt man vielleicht so ein bisschen Handy. irgendwie, äh, sehr breiter Kanal, äh, im Vergleich zur Datenrate und dann wenig Leistung drin. Und wenn man halt weiß, wo das Signal war, dann kann man es hinterher wieder rausrechnen. Ähm, das machen wir hier auch. Das ist halt sehr störempfindlich, äh, störeunempfindlich. Ähm, und damit können wir irgendwie 0,3 bis 50 Kilobit pro Sekunde übertragen, je nachdem, wie weit wir vom Gateway weg sind, oder wie gut die Verbedingungen dazwischen sind. Ähm, ähm, spezifiziert ist sowas wie 2 bis 10 Kilometer, äh, soll das Ganze können. Ähm, was unterhalb von 2 Kilometern steht, sagt der Standard nix drüber. Ich vermute, es geht da auch. Ähm, ähm, genau. Also, 2 Kilometer in der Stadt bei guten Bedingungen, wenn das Gateway im guten Standort hat, schafft man 10 Kilometer auf Sichtverbindung, ist dann, glaube ich, das theoretische Maximum, was man vom Link-Budget her noch schafft. Genau, und da kann man irgendwie 51 bis 200 Bytes in etwa drin verschicken, wobei da noch ein bisschen Protokoll-Overhead drin ist. Ähm, und dann kriegt man halt nicht mehr ganz so viel. Ähm, wir machen eine Verschlüsselung, da sehen wir nachher noch, wo wir die haben. Ähm, das ist irgendwann einmal AES-ECB, also Electronic Codebook mit 128-Bit-Schlüssel. Ähm, ja, dazu vielleicht später mehr. Auf jeden Fall, wir haben so eine Verschlüsselung auf jeden Fall schon mal drauf. Ähm, genau. Lohra Warn. Ähm, ich würde jetzt mal so Stück für Stück das Netzwerk so ein bisschen herleiten und wie es funktioniert. Also, wir haben auf der einen Seite Knoten, die möchten gerne, weiß ich nicht, bleiben wir mal dabei, dass wir Temperatur- und Luftfeuchtedaten gemessen haben und die möchten wir gerne wegschicken, ähm, zu unserer Anwendung, die irgendwo, wie sagt man modern, in der Cloud ist. Ähm, und dazwischen wollen wir jetzt irgendwie einen Weg schaffen, also irgendwie ein Netzwerk haben. Ähm, Lohra Warn definiert ja jetzt im Wesentlichen zwei Elemente zu. Und zwar haben wir auf der einen Seite Gateways. Das sind die Dinge, zu denen die Knoten ihre Informationen hinfunken. Ähm, und einen Broker, der im Prinzip weiß, wie er die Anwendung mit Gateways und Knoten zusammenbringt. Und dazwischen haben wir irgendwie ein Transportnetzwerk, also Internet oder Intranetz, irgendein Netz. Ähm, das hier ist jetzt ein bisschen gelogen. Also, in jedem Knoten steckt auch immer ein bisschen Anwendung drin. Weil, naja, ich muss ja irgendwie wissen, in welchem Format verpacke ich meine Daten eigentlich. Wie oft erwartet die Anwendung Informationen? Muss ich die vielleicht nochmal bestätigen? Ähm, also ein bisschen Logik braucht man halt auch in dem Knoten. Da steckt also nicht nur der Lohra-Protokollstapel drin, sondern auch ein bisschen Anwendung. Ähm, aber das würde ich jetzt hier einfach mal so vereinfacht stehen lassen. Ähm, es gibt zwei Geschäftsmodelle, mit denen man Lohra typischerweise sieht im Moment. Das ist einmal kommerziell, also zum Beispiel bei Mobilfunkbetreiber. Die haben glücklicherweise ja schon eine riesige Menge an guten Funkstandorten. Ähm, und die betreiben für uns dann typischerweise die Gateways und die Broker. Und die Anwendung und die Knoten liegen halt auf unserer Seite. Ähm, genau. In Deutschland gibt es, glaube ich, noch niemanden, der das aktiv ausgerollt hat. Ähm, aber die Belgier und die Niederländer sind da zum Beispiel. Und ich hatte letztens was gehört, dass in Deutschland wohl auch die ersten Kooperationen in die Richtung gehen sollen, dass man das haben will. Ähm, der zweite Ansatz, der für uns interessantere Potenzial ist, der Community-Ansatz. Zum Beispiel TheThings Network, was ich hier später nochmal auseinandernehme. Ähm, die stellen für uns Broker um die Anwendungen. Was das für Implikationen hat, kann man sich jetzt schon mal überlegen. Ansonsten nehme ich das nachher nochmal passend auseinander. Ähm, genau. Ja, ich würde jetzt mal kurz durchgehen. Wie schaffen wir es, Informationen vom Knoten bis in eine Anwendung reinzubringen? Also unser mittlerer Knoten hat sich jetzt entschieden, dass er Informationen hat, die er gerne senden möchte zur Anwendung hin. Ähm, und er packt das jetzt entsprechend in seinen Loca-Frame rein und schickt das einfach los. Das heißt, wir haben keine Absprache unter den Knoten und den Gateways, wann jemand sendet. Durch dieses Spread-Spectrum-Zeug können wir einfach lossenden und die Wahrscheinlichkeit, dass das Gateway das empfängt, ist halt ziemlich groß. Ähm, speaking of, genau. Wir haben jetzt unter Umständen mehrere Gateways innerhalb eines Funkbereiches, eines Knoten. Ähm, die das auch alle gleichzeitig empfangen, dieses Paket. Ähm, Gateways sind typischerweise so gebaut, dass sie mehrere Pakete gleichzeitig empfangen können. Ähm, das heißt, wenn jetzt die anderen beiden Knoten sich gleichzeitig oder mit einem leichten Offset entscheiden, auch was zu senden und das korridiert, ist das nicht schlimm. Selbst wenn es auf dem gleichen Kanal passiert. Ähm, weil durch dieses Spread-Spectrum kriegen wir das einfach hin, dass das effektiv dann doch immer noch dekodierbar ist. Jetzt haben wir hier zwei Gateways, die haben beide das Paket empfangen, schicken das weiter über ihren Kanal, ich nenne das hier mal Internet, zum Broker. Und da kommen jetzt parallel mit, naja, wie auch immer der Latenzversatz zwischen diesen Gateways ist, zwei Pakete an. Also zwei Kopien dieses Pakets von dem Knoten an. Und der Broker muss die jetzt deduplizieren. Ähm, guckt dafür rein, von welchen Knoten geht das Ding, zu welcher Anwendung, welche Sequence Number hat das. Ähm, kommt das halbwegs gleichzeitig und kann dann entscheiden, okay, das zweite ist ein Duplikat vom ersten. Ähm, ich brauche ja nur das erste Richtung Anwendung weiterleiten. Ähm, genau. Und woher weiß der Broker, welche Anwendung gemeint ist, gut, das ist eine Information, die steht von vornherein einfach in dem Paket mit drin. Ähm, rückwärts sieht es im Wesentlichen genauso aus. Die Anwendung entscheidet sich, sie möchte zum mittleren Knoten gerne eine Information schicken, ähm, schreibt dafür halt irgendwie die Knoten-ID rein und gibt das Ding dem Broker. Der Broker hat sich jetzt beim letzten Mal gemerkt, über welches Gateway er Knoten 1 am besten erreicht hat. Das heißt, wir können immer nur einen Knoten erreichen, der vorher schon mal gesagt hat, hallo, hier bin ich. Ähm, und sich danach nicht bewegt hat. Weil ich das irgendwie an dem Fahrrad bauen, das Fahrrad ist schon fünf Kilometer weiter, habe ich vielleicht Pech gehabt. Ähm, genau. Also Anwendung sagt, ich würde gerne mit dem mittleren Knoten reden, der Broker sagt, Mensch, den mittleren Knoten habe ich am besten erreicht über das obere Gateway, packt es entsprechend ein, ähm, schickt das zu dem Gateway und das Gateway muss jetzt schauen, wie es die Informationen zu dem Knoten kriegt. Ähm, es gibt jetzt zwei Klassen von Knoten. Die eine Variante ist, wir haben Knoten, die dauerhaft an sind. Weiß ich nicht, ich habe ein großes Anwesen und ich möchte gerne die Auffahrt am unteren Ende aufmachen. Da habe ich typischerweise Strom, weil ich da eh einen Motor betreiben muss. Und entsprechend kann der Knoten einfach die ganze Zeit lauschen. Und zu so einem Knoten kann ich das Paket einfach senden, wenn es gerade da ist. Das heißt, äh, das Gateway wird das Paket direkt auf die Luftschutzstelle legen und dann den Knoten erreichen können. Welchen Knoten habt ihr Energie sparen möchte, weil zum Beispiel Batterie betrieben oder vielleicht irgendwie an einem Fahrrad hängt und immer normal Energie hat, ähm, kann das Gateway dieses Paket zwischenspeichern und sendet es erst dann an den Knoten, wenn der sich gemeldet hat. Das heißt, jedes Mal, nachdem ein Knoten ein Paket ablinkt, gesendet hat, habe ich danach zwei Zeitschlitze Zeit, Downlink-Pakete an den Knoten zu senden. Und das Gateway wird dann halt warten, bis ein Paket vor dem Knoten vorbeikommt und danach in der entsprechende Zeitschlitze ein Paket legen. Das, der Knoten hört zu, empfängt es und dann ist das gut. Ähm, genau. Ja, wenn man das Ganze jetzt nochmal irgendwie in der Lora-Spezifikation anguckt, äh, was haben wir jetzt irgendwie übersehen bei der ganzen Sache? Eigentlich nichts, eigentlich ist das hier nur wesentlich komplizierter dargestellt, dass immer mein Eindruck wichtig ist. Äh, wir haben eine Secure-Übertragung über Ethernet, 3G und Wi-Fi. Ähm, unten rechts, aber ich glaube, sonst wird man hier nicht viel bei raus. Aber so sieht es der Standard vor. Ganz wichtig. Ähm, genau. Verschlüsselung. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir haben irgendwie Verschlüsselung, äh, im Lora-Wahn. Ähm, da möchte ich jetzt noch ein bisschen auseinandernehmen, was wir dafür machen. Ähm, wir haben drei Merkmale, die vorgegeben sind. Ähm, eine Anwendung teilt mit einem Knoten ein Geheimnis, also ein Pre-Shared-Key, der App-Key. Ähm, 128-Bit lang. Ein Device und eine Anwendung haben jeweils eine EUI, äh, 64-Bit lang. Ähm, also als ein eindeutiger ID innerhalb dieses Netzwerks. Ähm, jetzt kann man sich schon mal vorstellen, ein Pre-Shared-Key ist irgendwie doof, wenn ich Knoten an Fahrräder baue oder unter Brücken hänge, um Wasserstand zu messen. Ähm, wenn da von einer mitgenommen wird und jemand holt sich den Key da raus, dann ist meine Anwendung kompromittiert. Das ist irgendwie doof. Deswegen wäre es eigentlich das Coolste, wenn man von vornherein sagt, man macht nicht nur einen App-Key, also einen Key pro Anwendung, sondern macht pro Knoten pro Anwendung einen Key. Und muss dann halt irgendwie ein komplexeres Key-Management hinten dran machen. Sieht ja schon halt aber nicht vor. Kann man aber trotzdem tun. Wenn ich jetzt eine Verbindung aufbauen möchte, also ein Knoten möchte gerne meinem Netzwerk beitreten, ähm, dann passieren zwei Dinge. Ein Knoten schickt einen Join-Request, wo er sagt, übrigens, ich bin dieses Device und ich möchte dieser Anwendung beitreten und schickt so eine gewisse Menge Zufall mit. Ähm, das geht dann halt über Gateway und Broker zu der Anwendung hin und die Anwendung sagt, ja, äh, lieber Knoten, dich möchte ich hier haben. Ich weise dich folgende Network-ID zu, ähm, gut, Device-Adress muss da drin sein, damit man weiß, wo es hingeht und macht immer ein bisschen Zufall da mit rein. Und mit diesen Informationen, hauptsächlich diesen beiden Nouncen, die man da drin hat und dem Pre-Shirt-Key plus den beiden Device-IDs können wir jetzt Schlüssel ableiten. Einmal den Network-Session-Key, den wir für einen Layer-Verschlüssel benutzen werden, wo wir all diese Dinge reingehen. Ähm, hat schon jemand geraten? Wie der zweite Schlüssel aufgebaut wird? Ja, es ist wirklich so kompliziert, man macht unten einfach nur 0x02 rein und dann hat man den zweiten Schlüssel. Und dann hat man den App-Session-Key. Ähm, genau, haben wir jetzt zwei Schlüssel abgeleitet aus den Informationen, die wir haben, die auch entsprechend unterschiedlich sind, weil das irgendwie durch dieses AES 128 Encrypt rausgeht, was dieses ECB dann macht. Und dann reicht halt der eine mit Unterschied im Eingang. Und genau, jetzt haben wir diese beiden Schlüssel, die Session-Keys, die wir benutzen können, einmal zwischen Knoten und Netzwerk und einmal zwischen Knoten und Anwendung. Ähm, das Netzwerk selber soll aber den App-Key nicht kennen, also soll unser Pre-Shirt-Key nicht kennenlernen zu irgendeinem Zeitpunkt, weil das Netzwerk könnte auch ein Mobilfunkbetreiber sein, dem möchte ich meinen innersten Geheimnissen natürlich nicht anvertrauen. Und deshalb werden beide Schlüssel innerhalb der Anwendung generiert und den Schlüssel für das Netzwerk, also den Network-Session-Key, gibt die Anwendung an das Netzwerk weiter beim Verbindungsaufbau. Und was können wir jetzt mit diesen beiden Schlüsseln machen? Wir haben jetzt irgendwie unser Lorem Y, was wir gerne verschicken wollen. Das krypten wir jetzt einmal mit dem App-Session-Key und kriegen da halt unseren ersten Cypher-Text raus. Nicht, wo ich kann es sein. Wie bitte? Nichts, nicht. Ja, hängen hinten unsere Anwendungs-ID dran, im Klartext entsprechend, und naja, machen über das Ganze dann halt nochmal mit dem Network-Session-Key eine Verschlüsselungsschicht. Wenn man mit diesem Wissen jetzt nochmal auf dieses Bild guckt, sieht man halt, naja, unser Knoten schickt jetzt halt irgendwie ein Paket Richtung Anwendung. Der Broker kann die erste Schicht Verschlüsselung auspacken, sieht also, zu welcher Anwendung es gehen soll, sieht aber noch nicht die Nutzdaten. Und die Anwendung kann erst in die eigentlichen Nutzdaten reingucken. Und jemand, der auf der Funkschnittstelle zuhört oder der im Internet zuhören kann, sieht halt nur gekryptete Pakete zwischendrin. Und da alle Pakete eine Sequenz-Nummer tragen, die mit verkryptet wird, habe ich auch bei gleichen Eingangsdaten unterschiedliche Pakete. Ich möchte allerdings keine Aussage dazu machen, wie sinnvoll diese Verschlüsselung am Ende ist mit den ganzen Dingen, die man vielleicht kennen kann und die Unverschlüsselung beim Verbindungsaufbau übertragen werden. Aber vielleicht hat ja jemand Lust, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also da wird nicht Zufall einfach noch drangehängt? In die Pakete, es kann sein, dass die ins Padding rein müssen, aber ich weiß nicht, ob Padding Pflicht ist. Weil damit kann man das Problem lösen. Ja, weiß ich nicht. Da müsste man nochmal in den Standard schauen. Ähm, ja, was bleibt zum Verschlüsseln noch zu sagen? Ähm, Devices, naja, sind irgendwie Mikrocontroller im Zweifelsfall. Die machen immer die Encrypt-Funktion. Und die Applications machen immer Decrypt, unabhängig davon, in welche Richtung eigentlich die Daten fließen. Aber das funktioniert jetzt drücklicherweise trotzdem. Was dann auch erklärt, warum man die beide Schlüssel mit, ähm, IS Encrypt ableitet, weil das ist das, was die Knoten sowieso können. Ähm, naja, ähm, und wenn man keinen Bock hat, irgendwie Sitzungen beitreten zu müssen, kann man Pre-Joint-Nodes machen. Ähm, heißt im Prinzip, man leitet die Session-Keys einfach ab, wenn man den Knoten das erste Mal in Betrieb nimmt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch einen Session-Key nennen würde, weil der gilt dann halt für die Lebensdauer dieses Knotens. Ähm, aber kann man halt auch machen. Dann spart man sich am Anfang zwei Pakete mit dem Verbindungsaufbau und ist damit noch ein bisschen energiesparsamer unterwegs. Ja, ähm, soweit vielleicht zu, wie sieht das LoRaWAN-Protokoll aus? Ich habe den Eindruck, dass dazu irgendwie noch, noch Kommentare sind. Ähm, dann würde ich jetzt im Schnelldruck noch mal kurz machen, naja, äh, kann man das Ganze auch sinnvoll einsetzen? Ähm, ja, wir haben das mal probiert, man kann das einsetzen. Ähm, wir haben uns ein eigenes Gateway gebaut, ähm, basierend auf dem IMST-IC880A. Das ist im Prinzip ein LoRaWAN-HF-Frontend, äh, wo auf der einen Seite halt irgendwie dann die Tenne dranhängt, und auf der anderen Seite PSP einen Mikrocontroller. Und das Ding macht halt diese ganzen Modulationen, äh, das Hochsetzen auf die entsprechende Hochfrequenz für uns. Ähm, wir können damit acht Pakete gleichzeitig empfangen, äh, auch auf derselben Frequenz oder unterschiedlichen Frequenzen, das ist dem Ding dann egal. Ähm, und wir können zwei Pakete gleichzeitig senden, aber nicht gleichzeitig senden und empfangen. Ähm, wir haben nur eine Antenne. Genau, das Ding macht 868 MHz, kostet circa 150 Euro. Ähm, also wenn man das unbedingt möchte, kann man sowas durchaus haben. Ähm, dazu haben wir uns ein bisschen... Gehäuse gebaut und irgendwie ein BeagleBoneBlack jetzt als Application-Prozessor genommen, äh, Antenne dran gehangen, jetzt ist das Ding gefühlt ziemlich outdoorfähig. Aber was wir nicht draußen getestet haben. Ähm, zumindest nicht langfristig. Ähm, die Referenzsoftware-Implementierung zu diesem Gateway sind, äh, naja zumindest quelloffen, ist, äh, hochqualitative Industrie-Software, kann man sich mal angucken, ähm, ähm, wäre vielleicht mal eine Software-Lesung wert. Ähm, besteht aus zwei Teilen, einmal eine Library-Prozessor, die das Gateway, äh, weg abstrahiert in Software und dem eigentlichen Packet-Forwarder, also der diese Funktion übernimmt zwischen dem HF-Frontend und dem Broker, die Pakete hin und her zu schicken. Ähm, und da das gruselige Industrie-Standard-Software ist, haben wir das Ganze irgendwie nochmal in ein eigenes BSP reingepackt, also irgendwie eine Embedded-Firmware, die wir auf den Beagle-Boden werfen können, äh, basierend auf irgendwie PTX-Distro-Kit. Ähm, genau, dass man halt nur noch einen Image-Chart spült man auf die SD-Karte, äh, startet den Service und ab da hat man, also auf der Software-Seite eigentlich funktioniert das Gateway. Ähm, ähm, als Knoten haben wir die Pycom Low-Pies genommen, das ist irgendwie so ein ESP32 drin, mit WLAN, einem Bluetooth und einem Lora-Base-Station, äh, Lora-Knoten, ähm, circa 40 Euro. Gibt mittlerweile, wenn man Lora machen möchte, auch günstigeres, aber haben wir noch nicht getestet. Ähm, genau. Ja, da haben wir uns angeguckt, ja, haben aber einige Dinge nicht gelöst, wir haben irgendwie noch kein outdorfähiges Gehäuse, mit dem wir das Ding langfristig nach draußen hängen können, wir haben noch keine Ahnung, wie man Energiespeicher und Energieerzeugung machen würde, oder Energiesparen, das ist auch irgendwie nicht so richtig einfach auf diesen Modulen, und die bei ihm fällt, ist noch ein richtiges Problem. Also wenn man den Knoten halt irgendwo liegen hat, und nach vier Tagen steigt er einem aus, und man kann im Nachhinein noch sehen, naja, er funktioniert halt nicht mehr, aber keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, Software-Seite, hm, ist irgendwie doof. Also da muss irgendwie noch was drumherum, dass man da vielleicht nochmal tiefer reingucken kann, was da passiert ist. Äh, was wir können ist, äh, naja, wir sind in der Lage, Temperatur zu messen und die wegzuschicken. Das ist unsere Referenzanwendung. Ähm, auf dem Ding läuft, äh, Macro-Python, also man kann irgendwie mit sowas, wie es da steht, schon Temperatur messen, äh, einpacken und per Lora wegschicken. Und das ist auch im Wesentlichen die Main-Loop, die bei uns läuft. Also viel komplizierter wird es dann auch nicht. Das Ganze haben wir mit TheThings-Network in Betrieb genommen. Ähm, das heißt, die übernehmen für uns einen Teil, also den harten Teil der Lora-Infrastruktur. Die stellen uns irgendwie einen Broker und eine Application, die sich mit dem Lora-Zeug auseinandersetzt. Ähm, also Gateway ist halt in Community-Hand, Knoten in Community-Hand, weil das ist ja irgendwie auch dezentral und die haben zentrale Infrastruktur, wo man das dranbinden kann. Ähm, genau. Also die haben halt Applications, in denen man Key-Management hinmachen, äh, fertig machen kann, ähm, Datenformate auspacken, also wenn man sowas hat, wie ich eben, mit irgendwie struct.pack, die Daten in Binary irgendwo hingeschrieben hat, kann man die hier wieder auspacken lassen und kann das Ganze dann am Ende in sogenannte Integrationen reinschicken. Also man kann es irgendwie einmal wegspeichern, Data Storage machen, ähm, oder man kann sowas machen, wie If This Then That, um halt irgendwie Aktionen zu triggern auf Messwerte, die reingekommen sind, oder auch rückwärts von If This Then That, irgendwie Aktionen auf den Nodes zu triggern, ähm, oder man kann es auf seiner eigenen HTTP-Endpoint pushen lassen, wenn was passiert, und sich das auch nochmal angucken. Genau. Ähm, der Vorteil dabei ist, äh, genau, ähm, geringe technische Hürden. Also, angenommen, jemand hat schon ein Gateway aufgebaut, dann ist das, so einen Knoten in Betrieb zu nehmen, beschränkt sich dann halt auf dieses Pycom-Ding irgendwie mit einer Software zu bespielen und loszufunken. Und irgendwie bei TheThings Network sich so eine Anwendung zusammenzuklicken, was wirklich nur HTML-basiert irgendwie eine Webseite ist. ähm, entsprechend einfach. Also, einfacher. Sehe ich ein, ist immer noch eine ganze Menge. Das Coole ist, wir teilen uns die Infrastruktur mit allen anderen, die das nutzen. Also, wir haben irgendwie ein Gateway hier auf dem Space, und im Umkreis von zwei, drei Kilometern kann halt jeder einfach seine eigenen Knoten aufstellen. Ähm, ohne dass wir reingucken können, was eigentlich da an Daten passiert. nur das Daten passieren, sehen wir. ähm, und ein Großteil des Quelltextes ihrer Webseite, zumindest für den Community Edition, Teil ist auf GitHub. Also, ich hab's noch nicht probiert, in Betrieb zu nehmen, aber es sieht relativ vollständig aus. ähm, von so aus, also, die scheinen mit dem richtigen Mindset unterwegs zu sein. Ich hab auch noch nicht rausgefunden, was eigentlich dein Geschäftsmodell ist. ähm, es gibt Webseiten, da heißt es plötzlich Community Edition, aber es gibt auch keinen Button, ich hätte gerne die Pro Edition gekauft. Hm, keine Ahnung, vielleicht lieben die einfach von, von, äh, Startup-Kapital, was sie eingetrieben haben, und gucken mal, wie weit sie kommen. Ähm, sehen wir dann. Ähm, größter Nachteil in meinen Augen ist, nummeriere ich meine Präsentation, ob jetzt auch, ähm, 43 von einem. Somebody should fix that. Hm. Ich hab auch erwartet, dass die Nase länger wird. Das ist ein Portschatz-Bike, es ist interessant. Ich hab mittendrin ein paar Folien ausgeblendet, wahrscheinlich, weil das nicht drauf ist, aber nicht tun. Kannst du es dreistellig machen? Ähm, also der Anbieter sieht halt Nutzdaten, weil die Anwendung macht halt Key-Management, die packt uns die Daten aus. Und, naja, wenn ich halt nicht nur die Temperatur im, im Teich zu Hause messe, sondern vielleicht wirklich mein Gartenzoll damit aufschließen möchte, äh, will ich ihm vielleicht nicht vertrauen. Hm. Nee, jetzt haben wir ja schon zwei Lagen Verschlüsselung ineinander gesteckt, spricht eigentlich auch nichts dagegen, noch eine dritte Lage mit reinzupacken und die Nutzdaten einfach nur um einen eigenen Schlüssel zu verschlüsseln. Aber, naja, Selfmade-Crypto ist vielleicht auch immer so ein Ding, wo man auch mal ein zweites Mal drüber nachdenken müsste. Hm. Na ja, gut. Ähm. Ja, genau. Und der letzten Punkt, den ich jetzt hier noch habe, Folie 44 von 41, habe ich natürlich nicht vorbereitet. Sekunde. Ähm. Flupp. Ha, das ging ja fast schnell. Ähm. Genau. Und zwar, wir haben das Ding mal ein paar Tage bei uns laufen lassen in der Firma und ich habe mir gedacht, du brauchst irgendwie einen Raum, wo, äh, danke, Lasa. Ähm. Wo mal was passiert. Ich glaube, wir brauchen mal mehr als sieben Tage. Das ist schon so lange her, dass der Knoten... Das ist last seven days. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wann der Range anfängt. Ähm. Genau, ich habe mir gedacht, ich brauche mal irgendwie einen Raum, wo auch was passiert, wo sich die Temperatur mehr ändert, weil so Hacker ja typischerweise auch nicht viel lüften im Büro. Deswegen habe ich mir gedacht, wo lüften sie mehr? Probierst du es mal auf der Toilette. Ähm. Hab das Ding jetzt hier ein paar Tage liegen und das nicht so in dem Bereich jetzt mal wieder besser. Das Ding hat schlimme Sachen gesehen, ja. Ähm. Kein Hacker lüften auch auf der Toilette. Ich will es nicht auch wieder. Ähm. Das sind jetzt mehrere Tage. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was die Anstiege bedeutet. Da war mal mehr ganz viel Ruhe auf der Toilette. Also, das ist Südseite, da steht in der Tat die Sonne drauf. Teilweise. Ach so, das ist nicht, dass du hier besonders lange saß. Also, es ist irgendwie halt jemand von, ich weiß nicht, wie lang ist dieser Anstieg. Ähm. Von elf bis 13 Uhr, ja gut. Ab 13 Uhr gibt's Mittag, da ist eigentlich auch zu erwarten, dass einer rausgekommen ist. Ähm. Es sind viel Schein im Cover, wir haben uns ein bisschen produziert. Ja. Und was man hier jetzt noch sieht, wenn man ein bisschen rein sucht, wir haben irgendwie alle 30 Sekunden Messwerte übertragen. Äh, das klappt meistens, aber auch nicht immer. Es gibt immer wieder Lücken, wenn man jetzt gleich mal ein bisschen genauer hängen guckt. Ähm. Was sieht man noch? Ich hab nebenbei versucht, irgendwie, ähm, Uptime mitzuschreiben. Das ist irgendwie schiefgelaufen. Hier sind wir bei 4 Billionen. Da irgendwie, unten sieht irgendwie nach dem Überlauf aus, als irgendwas kaputt. Das hab ich nicht geliefert. Ähm. Und hier im mittleren Bereich haben wir nochmal irgendwie Empfangsfeldstärke und, ähm, Signal-Rausch-Verhältnis. Ähm. Das wird eher interessant, wenn man nochmal ein bisschen rauszoomt. Zup, zup, zup. Genau. Und noch ein Stückchen rauszoomt. Sieht man, das hat jetzt über den Tag halt ein bisschen verändert. Also, nachts ist irgendwie, nachts ist weniger rauszend als tagsüber. Jetzt ist die Empfangsfeldstärke größer. Warum, konnte man es auch nicht erklären. Wäre jetzt mal irgendwie ein Fall für eine längerfristige Studie. Und irgendwie das Rauschen ist total zufällig. Das korreliert auch irgendwie die mit der Empfangsfeldstärke. Okay. 44 von 41 Folien. Ich glaube, ich bin durch. Dankeschön. Ja. Gerne Fragen. Du meintest ja, dass von den Gateways zu den Nodes, wenn die Nodes nicht aktiv sind, dann wartet das Gateway. Also sozusagen, dass es das halt später probiert. Dass es einen Downlink-Zeitslot hat. Genau. Da hat man ja dann so eine Art, man ist sich sicher, dass die Pakete auch ankommen. Aber wie ist es denn andersrum? Also von den Nodes zu den Gateways. Weil ich habe jetzt nur rausgehört, so ja, der sendet das hin und wenn es halt nicht ankommt, dann... Okay, den Teil habe ich zwischendrin vergessen zu erwähnen. Ist richtig. Und zwar, ich suche mal das passende Bild dazu, dass man das vielleicht auch noch mal kurz zeigen kann. Und irgendwie mit vielen Fotos wird die Libro auf ist auch unglaublich langsam. Kann ich nicht empfehlen. Ich hätte schon mal loben, dass es eine visuell sehr ansprechende Präsentation war. Dann könnte ich mir extra Mühe gegeben. Ja, sehr schön gewesen. Auch mit den passenden Farben zum... Das hat mein Herz hat es sehr erfreut. Ja, das finde ich wirklich sehr positiv, denn wir haben das Design eigentlich vor den CLTs gerade frisch gemacht für die Folien und wenn das ankommt, gefällt das. Ja, bestätigt oder nicht bestätigt, es gibt beide Varianten. Also, dass das Gateway im richtigen Moment ein Paket sendet, heißt nicht, dass das Paket am Knoten ankommt. Also, ich meine, ich kann halt immer mal irgendwie ein Paket senden, das ist halt wie Wi-Fi, aber in dem Moment leider ein großer, breiter Störer mir den Kanal zumacht, weil irgendwo auf seinem PMR-Funkgerät, was vielleicht nicht so richtig gut ist, einmal kurz spricht. Pech gehabt, geht halt nicht. Also, fire and forget. Ist dann fire and forget, aber es gibt obendrauf nochmal einen bestätigten Service. Das heißt, sowohl der Knoten als auch die Anwendung kann beim Absenden des Nutzdatenpaketes sagen, ich hätte das gerne bestätigt, wenn es ankommt. Und dann würde halt Knoten zur Anwendung, der Broker das terminieren und wird die Bestätigung zum Knoten senden. Und wenn der Knoten halt bekommt die Bestätigung, dann ist er glücklich. Und wenn er sie nicht bekommt, wird er versuchen, das Paket nochmal zu senden nach entsprechendem Timeout. Und in die andere Richtung genauso. Also, wenn die Anwendung halt keine Bestätigung vom Knoten bekommt, der Broker macht das glaube ich in dem Fall, der Broker macht das in dem Fall, keine Bestätigung vom Knoten bekommt, dann würde es der Broker irgendwann das Paket nochmal Richtung Knoten senden. Es wäre ja sehr ärgerlich, die Temperaturdaten zu verlieren immer dann, wenn es regnet oder so. Ja, genau. Aber man weiß trotzdem, Das ist auch eine Form von Daten. Ja. Das sind halt alles Dinge, die musst du irgendwie in deiner Anwendung drin haben. Also, wenn halt Knoten regelmäßig verschwinden, das muss dir halt mal irgendwann auffallen, dass du entsprechend reagieren kannst. Jo. Noch mehr dazu? Ja? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn ich direkt von einem Knoten zum anderen Knoten kommunizieren möchte? ist nicht vorgesehen. LoRa geht immer über die Anwendung. Also, sehr zentral ausgerichtet an der Stelle. Was man machen kann, ist, wenn man kein LoRaWAN machen möchte, sondern LoRa sind die HF-Fronten ziemlich interessant, weil ich kann einfach einen Datenstrom reinstecken und die machen ihre Modulation und eine andere Knoten kann das empfangen und wieder aufnehmen und dann kann ich die einfach als transparenten Kanal benutzen. Aber dann halt ohne das ganze LoRaWAN ausmöglichen. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Ich danke euch. Applaus Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.